Und ein wunderschönen guten bonjour Hey, sind wir da am nächsten beim neuen Let's Play Und dann gehen wir mal heran Was ist der Mini-Minister? Hallo? Das war tatsächlich ein Schwertzer Okay Ihr hättet mehr Jedi mitbringen sollen, Kellen Das Imperium zahlt wirklich gut dafür, euch aus dem Weg zu räumen Ihr müsst Darth Serevens Marionette sein All eure Bemühungen, die Spuren des Imperiums zu verwischen, sind vergebens Die Verbrechen der Sith können nicht wegradiert werden Vor langer Zeit haben die Vos und die Jedi ihre Kräfte gegen einen gemeinsamen Feind vereint Gegen die Sith Woher stammen die Informationen? Die Inschriften auf diesen Steintafeln erzählen die Geschichte Wir übersetzen sie noch Aber es ist bereits genug von der Wahrheit an die Oberfläche gekommen Es ist vorbei Kehrt zu Darth Sereven zurück Ihr könnt jetzt nichts mehr tun Okay Okay Wir werden Levis nicht durchgehen Ich kann die Tafel zerstören Ja komm Dann pack ich mal den Blaster aus Beteilig die Tafel Beteilig die Tafel Beteilig die Tafel Beteilig die Tafel Baaah ich mein so herrlich von Es ist noch genug zu sehen Ein guter paar 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 Jede Trick Jede Trick Schon nach republikanischen Trickweisen WTF Ihr habt gewonnen Kein Widerstand mehr Serevin wird erfreut sein Die Tafeln Verschont sie, bitte Ohne mich stellen sie für euch keine Gefahr dar Du stirbst an Tafeln Ich mach Twitter die war gut Und du stirbst eine Woche nach normalerweise Ich habe dich überhört Nehmt sie mit Die Sith wollen wissen was hier geschehen Findet die Quelle Der Kraft in den Albtraum landen Die Antworten Könnten hier sein Und es ist mir lieber Die Wahrheit liegt von Staub bedeckt In einem Sith Archiv Als dass sie zerstört wird Und ich lebe sie aus Foti Nein Dann kann keinem mir etwas beweisen Sorry Ich werde nicht riskieren Dass sie den Vos in die Hände fallen Nein Nein Das ganze Wissen Verloren Kehr zu eurem Meister zurück Sagt ihm Was ihr getan habt Was ihr getan habt Ich habe keine Angst Ich schwöre mich schon Ich schwöre mich schon Ich schwöre mich schon Aber wir geben euch mal hin Nichts und mich soll zurückkommen Und wir sollen was machen Das ist alles Wie gut du siehst Ich meine so gut was ihr seht Ich bin miride Was ist das übliche Wir sind ein Plus-Mission Wann ich wöschentlich wuat? Ah Altenal Ich habe ich mich selbst Ich habe mir gedacht Ich habe die Plus-Mission geschaut Ja vielleicht Ich hatte die Plus-Mission Ich habe die Ja, ich habe noch diese Verlust, dann... Ich habe schon mal eine Abnahme, dann... 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, ich habe eine Abnahme gemacht! Ich habe schon gesagt, ich müsste schon drüben. Hier, ein Klangzeichen, ein T-Schloss, irgendwo an dem Dach. Dann passt. Und dann... Ich habe die Musik mit eure Maus gemacht. Kellen hat Steintafeln gefunden, die beweisen, dass die Vos einst gegen die Sith kämpften. Als winzige Bruchstücke sind sie allerdings schwer zu lesen. Die Sith waren schon einmal hier? Unsere Archäologen waren wohl nachlässig. Das wird Konsequenzen haben. Ihr habt dem Imperium gut gedehnt. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass ihr damit nicht in Verbindung gebracht werden könnt. Danke. Ähm... Solche Geschäfte sind nach meinem Geschmack. Ihr könnt stolz sein. Ihr habt alle Erfolgshoffnungen der Republik zerstört. So schnell wird sie sich nicht davon erholen. Ich überbringe eine Nachricht. Abgesandter! Ich hatte euch nicht erwartet. Tretet ein! Zum Mystiker hat er eine Vision, die Fremde betrifft. Jemand, der Vergeltung sucht, wird die Gormax von den Sternen fernhalten und den Vos neue Weisheit bringen. Das hat für euch mit allen anderen Personagen auf der Republikan schon seitgewirscht. Hm? Korrekt. Ich glaube, ich bin der Fremdling, den ihr sucht. Natürlich ist sie das Abgesandter. Tatsache ist, dass wir sie hergebracht haben, um ihr Schicksal für euer Volk zu erfüllen. Dann muss ich den Drei-Bericht erstatten. Es gibt viel zu tun. Das ist wie Klankano, sorry. Wie dumm! Gut gemacht! Ihr habt diesen Narren um den Finger gewickelt. Wir können uns ihre Naivität zunutze machen. Erfüllt diese Vision und sie werden sich mit dem Imperium verbünden. Wir werden es wohl herausfinden. Mach deine Pilgerreise zum Schrein der Heilung. Die Narren verehren diesen Ort. Alle fremden Pilger brauchen Fadid Kies Erlaubnis, um ihn betreten zu dürfen. Sucht ihn auf und lasst euch seine Zustimmung geben. Oh, F***! Sorry. Ich habe auch nicht gerade den Hälstern haben, im Kronleuchten. WTF. Deswegen werfen wir den Hälstern nicht im Kronleuchten. Ja, ess ihn! Ah, du, war es. Nein, nein, ich bin ehrlich, das ist wirklich ein kleiner Körner. Ich weiß nicht, wenn ich ein Elefant kiefe, dann sehe ich, das ist ein Götzell der Toten. Was ist das? Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Da muss ich den Weg machen. Was ist das? Was soll ich das? Was soll ich das? Ich hab das. Das ist das. Was soll ich das? Die Plattformen Itaxi aufbefohlen. Da fliehen wir schon mal hin Gar die Tüfte Gar die Tüfte? Nee, den Tüfte hier mal nicht fertig Den Tüfte hier mal nicht fertig Das ist ja bei so einer Liedertheit, die ich nicht hier will Ich denke, das ist ein Schatz, ich kriege dir mal 100 Dinge zu tun Nee, nee, ich muss nicht sehen Ja, da fliehen wir mal ab Dann Schluss Dürfen Das ist ja Sandung Episode Wie man das Welthühlen Ähm Ja Oh, wir können wahrscheinlich noch 2 Kosten Wunder oder So, wir sind nicht alle gut in der Zeit, oder? Nee, ich weiß schon Ich weiß schon, ich weiß schon Wir fliehen über D Punkt Ich weiß doch schon, ich weiß schon Ja, nicht mehr Und kein anderes Punkt für da oben Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute Nee, muss ich tatsächlich ganz weh da oben gehen Näääääh Du wärbelst mich neu Ich habe mich auf dem Aufenthalt Oh nein, ich musste ganz viel über die Welt und ob ich nicht kann sein, was ich nicht Ja, schon hat tatsächlich gesucht Wir sehen uns bei nächsten Kerem Und... nein, ich schreibe mir Stolente, wie sie laufen, sorry Danke von mir, Tschüssikowski, have a nice day Und wenn du liebst, abonniere, like und kommentiere Dirum, Dirum?